Morgen Andacht von Reinhard Hirtler, Epheser 2, Tag 3. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Machen wir weiter und kommen zurück zum Epheserbrief, Kapitel 2. Hier sagt uns der Apostel Paulus in Vers 2, Es ist noch gar nicht so lange her, dass ihr in der Religion den Bräuchen und Werten dieser Welt gelebt habt. Sehr interessant. Paulus erinnert sie erneut daran, dass sie erst vor kurzem in einem nicht so guten Zustand waren. Doch schau, was er sagt. Er nennt ausdrücklich drei Dinge, in denen sie lebten, bevor Christus sie fand. Religion, Sitten und Werte dieser Welt. Diese drei Dinge beeinflussen uns auf eine sehr mächtige Weise. Ich erkläre dir etwas. Er sagt nicht nur Religion, Bräuche und Werte. Er sagt Religion, Bräuche und Werte dieser Welt. Letzte Woche hatte ich eine Diskussion mit einem sehr engen Freund. Die Diskussion machte mich traurig. Wir sprachen über das Geschäftsleben. Er erzählte, dass er einige nicht so gute Erfahrungen mit dem Geschäftsleben gemacht hat. Er ist Geschäftsmann, hat und hatte ein eigenes Geschäft. Er ging pleite und machte schlimme Erfahrungen mit anderen Leuten. Er sagte, es ist doch unmöglich in Brasilien ein erfolgreicher Geschäftsmann zu sein, wenn man keine Geschäftspartner hat, die investieren. Ich fragte, wer sagt das? Er sagte, das lehrt jeder Wirtschafts- und Finanzexperte. Nun, er hatte schlechte Erfahrungen mit einem Geschäftspartner gemacht. Ich sagte, mein lieber Freund, warum solltest du von jemandem lernen, wie man ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, der aus einem System namens diese Welt kommt? Ich habe es niemals von der Welt gelernt. Ich habe es aus der Bibel gelernt. Dann sagte er, aber man kann doch nicht einmal ein Geschäft starten, wenn man nicht zuerst Geld hat. Ich sagte zu ihm, wenn Gott dich zum Geschäftsmann berufen hat, hast du denn nie daran gedacht, dass Gott derjenige ist, der dir das Geld zur Verfügung stellt, damit du das Geschäft starten kannst? Hast du nie daran gedacht, dass Gott für die richtigen Leute sorgt, damit du im Geschäftsleben erfolgreich sein kannst? Das war eine Überraschung für ihn, obwohl er schon seit langem Geschäftsmann, Christ und Pastor ist. Überlege mal, meistens haben wir die Art und Weise, wie wir unser Leben führen, von dieser Welt übernommen, selbst als Christen. Wir lernen von dieser Welt, wie man Geschäfte macht. Wir lernen von dieser Welt, wie man Kinder erzieht. Wir lernen die meisten Dinge, wie man ein gutes Leben führt, von dieser Welt. Die Bibel sagt jedoch ganz klar, dass das System dieser Welt dem Reich Gottes entgegengesetzt ist. Paulus sagt, dass sie in drei Bereichen nach dieser Welt gelebt haben. Religion, Sitten und Werte. Schau, jede Religion dieser Welt steht im Widerspruch zur Botschaft des Christentums. Nun, zur Botschaft des wahren Christentums, nicht des religiösen Christentums. Was lernen die Religionen dieser Welt? Du musst dich mit Gott verbinden und es hängt von dir und deinen Bemühungen ab, wie du dich mit ihm verbindest. In jeder Religion dieser Welt musst du etwas tun, um dich mit Gott zu verbinden. Im Christentum musst du etwas glauben, nicht etwas tun. Das ist genau das Gegenteil. Bei der Religion muss der schlechte Mensch hart arbeiten, um von Gott angenommen zu werden. Beim Christentum muss der schlechte Mensch nichts tun, nur glauben. Und dann bekommt er das ganze göttliche Leben umsonst. Nichts geben und alles bekommen. Siehst du, wie unterschiedlich das ist? Wir müssen sicherstellen, dass kein Anzeichen von Religion oder Religiosität in uns ist. Leider sind viele der christlichen Dinge, die wir tun, in Wirklichkeit religiöse Dinge dieser Welt. Wir benutzen unser Fasten, unser Beten und unser Geben, um mit Gott zu verhandeln. Das ist eine Religion dieser Welt. Sich anstrengen, um etwas von Gott zu bekommen, suchen, klopfen und betteln. Geh und gib etwas, damit Gott dir endlich etwas zurückgibt. Nein, wir fasten nicht, weil wir versuchen, etwas von Gott zu bekommen. Wir fasten, weil wir uns mehr an ihm erfreuen als am Essen. Mein lieber Freund, wenn dein christliches Leben keinen Spaß macht, wenn die Last nicht leicht ist, Wenn du kein Leben in Fülle lebst, dann denke ich, dass du immer noch mehr an die Religion dieser Welt angepasst bist, als an das wahre Christentum. Denke bitte darüber nach. Vielen Dank und bis morgen.